Musik Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Ja, heute ist die dritte Folge LS Live Wir starten doch gleich rein ins Geschehen Ähm So, ich bin gerade aufgewacht Wir haben es eh schon 6 Uhr 5 Ja, die Hühner müssen mir einlegen Aber machen wir uns dann gleich auch auf Ich würde echt sagen, wir fahren mit dem Fendt Ja, jetzt ist Zeit fürs Ansehen Die Sehmaschinen sind jetzt nicht so schwer Da können wir natürlich das kleinere Frontgewicht holen Ich habe euch gesagt, dass ich zwischen den Folgen Sportgewichte hole Oder ein Frontgewicht Ja, es wurden zwei Einmal 1000 und einmal 700 Kilo Weil, ja Bei manchen ist es halt nicht so schwer Bei manchen Sachen sind halt nicht so schwer Und Ja So Okay Dann machen wir das mal wieder zurück Und Schauen wir mal, wie der Draht da liegt Hüste Klagen Jetzt ist es halt gut Jetzt ist es halt gut Jetzt ist es halt gut Oh Oh My. Ichne. Nimm mal. so wie ihr seht habe ich auch das lenker angeschnitte aufgebaut und damit kann ich hier viel besser fangen so 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 hier wo ist es denn? wo ist es denn? oder haben wir sie noch irgendwo ja die müssten wir noch irgendwo haben wo ist die verknackte Schaufe ja mach mal so Oh Oh Okay, dann haben wir das Und wir fangen mit dem Warte, ich bestelle mein neues Fahrzeug Oh 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 Okay Oh Okay, schön, ey. Oh, Gott. Oh, Gott. Ne, scheiß drauf, wir müssen jetzt mal mit dem leben. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt auch die Autor. So. 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 Wie es ausschaut mit dem Helfer, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt traurig, ciao ciao.